So hallo, da bin ich wieder mit Folge 2 Angry Birds Let's Play. Let's play Angry Birds. So also, wir haben das letzte Mal das vierte Level etwas gefehlt. Ja, dann drücke ich hier einmal nochmal auf nochmal. Und dann versuchen wir es etwas besser diesmal zu bleiben. So, erstmal Glas da runter. So, umkippen und... Alter, naja, schade, warte, gibt's noch... Nein, okay. So, endlich. Geht doch. Wir haben es geschafft. Ich meine, auch mit Atemstern, aber trotzdem egal. Gut, dann sind wir hier bei der nächsten Level. Das ist schön, dass... Äh, ach, komm. So, komm, runter. Schaffst du noch? Ah, ne, schade, leider nicht. Wir versuchen es nochmal, jetzt. Ja, gut. Gepackt. 36,7, 4... Oh, da kommt's noch. So. 47.180 Punkte. Weiter geht's. So, aber das wird die nächste Folge. Ich verabschiede mich jetzt für die zweite. Und tschüssi. Okay. Okay. No.